Da sind wir wieder. Der Bug ist immer noch lustig und auf zum Kampf. Ich beschütze die Käfer-Pokémon vor Vögeln und vor dir. Yeah. Was soll ich denn mit denen tun? Drauftreten? Wenn die Teile so groß sind? Ey, mal ernsthaft, das Teil ist größer als du? Das hat wehgetan... Hä? Er hat's überlebt. Wow, ein Binder. Was kommt jetzt? Ah, okay. Wolle weg. Autsch, boah. Bärchis. Oh, die Penisbeere ist nicht dabei. Wie langweilig. Böbh. Ne. 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 Ja, lustiger Ton, ich weiß auch nicht, wie ich das mache, aber ich kann es einfach. Oh Gott, jetzt sammle die endlich schnell ein. Ach, das war zu früh. So. Dann komm, du willst kämpfen? Nein, äh. Nein, das macht dich nicht dick. Das steht dir gut. Danke, nimm das. Yeah, nur weil ich eine Frau angelogen habe, krieg ich das. Cool, das merke dir. Sag niemals einem Mädchen, dass sie fett aussieht. Ey, da unten sind Bären. War die Penisbeere dabei? Dude, ich will gegen dich kämpfen. Na dann. Was ist das denn? Firefighter. Oh yeah. Ach ja, ein Feuerkämpfer. Der hat auch... Ach komm, das Spiel, das ist... Ach komm. Das ist so realistisch. Das gibt schön viel Erfahrung. Jo. Was ruft der? Ah, das scheiß Teil. Und tschüss. Das ist auch weg. Und ich krieg mehr Verteidigung. Yeah. Yay. Und jetzt ruft er noch dieses bescheuerte Maulwurfteil. Ah, Eroas. Und Bäm. Kein Level Up. Schade. I burn. It's a cool battle. Ja, er brennt von einem kalten Kampf. Ist klar. Okay, die haben nichts. Schade. Hier ist auch keine Penisbeere dabei. Hyper Potion. Ah, das sind Tannenbaumbären. Aus all diesen Bären werde ich später Riegel machen. Und die Riegel werde ich mit Alkohol noch untermischen und denen mein Pokémon geben. Dimm, 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 dimm. Dimm, 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 dimm. Dimm, dimm, dimm. Dimm, 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 dimm. So. Was ist jetzt rechts? Also das finde ich auch total realistisch. Genau hier ist der Sand. Hier ist so eine perfekte Pfütze. Und in dieser Pfütze und in dem Sand ist ein Baum. Das ist so realistisch, ey. Aber es sieht cool aus. White Road. Ja, warum heißt sie wohl White Road? Ich hole mir das Item. Oh nein. Oh Gott, das habe ich jetzt überhaupt nicht. Das konnte ich überhaupt nicht voraus. Ich wollte doch nur das Item. Wieso kämpfst du gegen mich? Oh, du bist ja nur ein kleiner Fünf. Tut mir leid. Ich hatte schon. Simon. Weil du Simon heißt, werde ich dir jetzt extra die Fresse polieren. Ey, boah. Aber was du weißt, ich muss die Augen zumachen. Also weiß ich gar nicht eigentlich, was für eine Attacke ich jetzt einsetze. Weil ich will Sarah nicht Schaden zufügen. Mit der Vorentwicklung von Sarah. Okay, die ist weg. Was kommt jetzt? Den, 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 den. Simon! Stahlflügel! Verrückte Qual. Oh, Mann! Ey, komm, dieser eine KP. Er hatte bestimmt 900 Leben und ich habe ihn 899 abgezogen. Ist klar. Spiel! Du bist einfach toll. Oh, Mann. Nein, Millie wollte ihn nochmal verschonen. Aber Simon! Du hast verloren. In die face, you mother... Fucker. Kabos. Kabos. Ah, okay. Da ist auch keine Penisbeere dabei. Ich will Penisbeeren. Aber das finde ich irgendwie komisch. Ich kriege hier mehr Bären als auf dieser Bärenplantage. Sehr realistisch. Ich habe da noch Schutz. Sag egal. Die Teile! Und durch einen netten YouTube-User... Ey, ich habe das noch gar nicht. Naja, durch einen netten YouTube-User habe ich herausgefunden, dass Server übersetzt zerreißen oder zerbeißen oder eins davon hieß. Nochmal danke an dich. Du weißt, wer gemeint ist. Du bist klasse. Äh, da ist nichts. Ah, da unten sind die... Moment. Millie ist jetzt 51, ne? Nein, die sind immer noch 50. Dim, 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 dim. Stopp! Du bist in der weißen Strasse. Du musst kämpfen! Wasch... Waschstrasse? Du, 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 du. Go, Doc. Go, Millie. Go, Millie. Ah, Eroas. Ah, Eroas. Nicht sehr effektiv. Fuck off. Trotzdem fast tot. Finte. Aha. Aha. Oh, yeah. Eroas. Nicht sehr effektiv. Trotzdem tot. Wen kümmert? Solange es... Ah. Fast. Warte, warte, warte. Was? Und... Ach, das Teil. Mh... Und tschüss. Oh, das ging wohl daneben. Sturzflug! Oh, hey. Komm schon. Level up. Ja, auf jeden Fall level up. Döp, 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 döp. Ach, Millie lernte in nächster Zeit, glaube ich, erstmal keiner tanken mehr. Sie wollte nämlich, ähm, Agilität lernen. Und Nightmare wollte Spiegeltrick lernen, aber, ähm, habe ich ihm nicht beigebracht. Okay, jetzt kommt Sarah. Ne, Moment, besser. Jetzt kommt erst Sternchen, weil ihr habt Sternchen noch gar nicht gesehen, oder? Äh... Ja, ihr wollt wohl alle, dass ich jetzt nach unten gehe. Ihr könnt mich mal, ich gehe nach hier. Äh... Da oben ist bestimmt dieser Fahr... Also allein schon, wieso habe ich so einen bescheuerten Klingelton? Äh... Ja... Was tust du so? Es ist nicht sehr interessant, bla bla, in der Dschungel-Arena. Symbole... Ja, ich habe die Symbole gelesen. Sehr interessant, was da stand. Oh, mit Run, ja? Weißt? Nein, mit Sarah, ja? Hier pierce, äh, snow, bla bla. Irgendwann, body setz, long nose and to feet, äh, stone with the west island, but the boat, äh, ja, starved... Ich habe nicht mal ansatzweise eine Ahnung, was er von mir wollte. Was ist da überall so? Ach, komm, ihr wollt doch alle, dass ich die Story weitermache, oder? Dann machen wir die Story weiter, aber ich will erst sehen, ob das wirklich die Safari-Zone ist. Das ist wirklich die Safari-Zone. Jo. Hm. Okay, would you like to surf? Oh. Und jetzt kommt zum ersten Mal Sternchen! Okay, allein schon, der Sound war doof, aber... Los, Pulverschnee! Hm, hm. Wasserpistole, wuhu. Pulverschnee! Natürlich mache ich jetzt noch nicht Sternchen's volle Ausmaße, sonst würde ich erstmal den Hagelsturm aktivieren. Dann entweder Eisstrahl, oder die Fähigkeit, eine richtig Imba-Fähigkeit benutzen, die richtig Imba ist. Und so. Also eins frage ich mich schon, die Kerle sind doch hier nach unten weggerollt... Was zur... Was zur... Was? Ja... Ja... Hm, pf, pf. Do you want to ease Marble Key? Nein! Denn den... Benutzen wir im nächsten Part. Haut rein, Leute! Das istảo... Also... Aber... oder? regimes Was? Es ist für dieses Kindler-Venum. Allesiliaranne!